hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von fallout new vegas wir machen uns auf dem weg zu unserem letzten ziel einfach geradeaus dann haben wir die sache für die rnk erledigt die neuen codes zu vermitteln die funk ja ich hoffe dass wir dann auch mal ein wenig mehr akzeptiert werden von denen doch mitchell weiß wirklich was er tut nicht wahr ja weißer gut nichts drin kann ja nicht immer was im briefkasten sein also einfach geradeaus hieß es können wir mal die straße nehmen wäre besser keep out warum wir müssen aber hier entlang wieder keep out sollten vielleicht doch besser keep out machen die du bist da auch ganz viele gegner waffen okay falsch Oh Gott, hast du geschafft. Oh, danke. Die sind ja mies. Leer. Oh, oh. Ich brauch Gegengift. Oh. Und. Die vergift. Wie, das war's mit Heilung? Oh, je. Was haben wir denn noch hier? Und? Ne, Arztasche will ich nicht nehmen. Ich wollte mal eben gucken wegen Waffen. Ich hab ein paar Waffen weggelegt. Hol' ich die denn dir? Was ist da? Schall gedämpft. Da? Ach, die war da unten. Ne, du. Die wieder da. Machete. Da. Ne, ich muss mich nochmal heilen. Äh. Sonst sind wir gleich tot. Eigentlich wollte ich auch was kochen. Hab ja auch nicht gemacht. So. Bestimmt noch mehr von denen, oder? Klar, die haben ja auch da hier ihr Nest. Okay. 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 Ein Kuss auf was. Da. Die Waffe ist blöd. Und ich vergesse immer, dass die Seite zum Verwärts ist. Gut. Oh, Stufenaufstieg. Ähm. Ich hab gesagt Medizin, ne? War das, glaube ich, Medizin, oder? Oh, 50. Schusswaffen. Okay. Gut. X, fertig. Oh. Verbrannte Leiche fällt ab, weil der Auto... Ne, brauchen wir nicht. So. Karte. Wir müssen da entlang. Jo. Oh, je. Nein. Oh nein! Hat auch nichts Oh, Yucca-Banner Warmenhaut-Outfit Müssen wir tatsächlich da durch? Nee Doch, wir müssen da entlang Blödsinn Blödsinn Hääääh! Wo constitutes ein Mann! Die sind aber auch großartig die Fischer. Ja, der hat nix. Die haben hier die Camper. Okay. Eins ist noch da. Karavanisten-Outfit. Da ist nur einer drinnen. Alle tot. Die ist festgepackt. Gut für mich. Na, endlich. Gut. So, Leichen durchsuchen. Oh, neun Millimeter Maschinenpistole. Hätte ich nicht gebrochen. Buff out. Einfach Großkernrüstung. Und nehmen wir mal mit. Schlacken brauchen wir nicht. Billiakö, Räder, Blasmeisterrüstung. Unholdhelm. Nehmen wir mal mit. Machete brauchen wir nicht. Rädersteppenrüstung. Haben wir ja schneien. Oder? Oh, ich bin überladen. Du hast nix. Umherziehen in einem Ödland-Outfit. Ne. Feuerwerkst. Schaden pro Sekunde. Ja, okay. Wert 30. Wert 0,5. Und du? Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Großkern, äh, Soldatenrüstung. Hülsen, Kronkopp. Sprungmesser brauchen wir auch nicht. Leider. Peinstachelrüstung. Brauchen wir auch nicht. Und du? Leider, Blasmeister ist unholdet Kriegshelm. Was brauchen wir mit dem Fleisch? Naturgegengift, Turan. Ich kann ja gar nix machen. Ah, zum Toppen. um was zu essen geht gar nichts rezepte jalapeno schott und geko fleisch saftiges grün geklointe yucca banner großhornsteak überleben 50 ok ja die haben sonst nichts feuerwerks habe ich schon leeres spritzen brauchen wir eigentlich auch nicht aber kostet nix so haben wir alle hier ähm ich denke ja will er köp edi ich habe ein paar sachen für dich ich habe ja geko fleisch er hat ja fleisch für mich gib mal geko fleisch und das mal her ja kann ich jetzt was kochen gekosteek ich meine die ich ich bin ich bin ich Du gibst mir das Essen und ein paar Getränke. Kannst du dann die Feuerwehrachs wenigstens nehmen. Und das Okay, dann lass es. Wir werden dann nichts mehr weiter einsammeln. Ich werde dann jetzt schnell was essen. Gecko. Wo ist mein Gecko? Und... Reicht das jetzt? Ja. Gut. Weil die Sachen können wir gut verkaufen. Aber jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, ne? Ist halt noch ein Stückchen. Wahrscheinlich das da hinten. Aber gut. Was ist da? Oh. Großhorn. National Park Spring MT Ranch. Noch eins. Ich bin tot. Warum? Haben die mich erledigt? Oder wurde ich erschossen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh je. Nee, dann gehen wir in den nächsten Part nochmal. Oder? Nee, das ist ja jetzt. Nee. Nee. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns halt im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.